NEO in 60 Sekunden. NEO ist eine Distributed Computing Platform, kurz DCP. Das übliche Kürzel für NEO ist NEO und NEO gibt es unter diesem Namen seit dem Jahr 2017. Was ist das Besondere an NEO? NEO gilt als das Ethereum Chinas. Es hat einen sehr starken Fokus auf Smart Contracts und unterstützt unter anderem die Programmiersprachen C, Java und Go. NEO hat sich im Jahr 2017 umbenannt und hieß vorher NShares, das Kürzel damals war ANT. Von NEO gibt es 100 Millionen Coins, die durchschnittliche Blockzeit liegt zwischen 18 und 24 Sekunden und der Hashing-Algorithmus ist SHA-256. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite oder bei Twitter und Reddit. Allerdings sind viele der Originalquellen nicht in Englisch übersetzt, sodass es immer grundsätzlich ein bisschen schwierig ist, da viele Informationen herauszubekommen. Das war NEO und 60 Sekunden, für weitere Videos abonniert gerne den Kanal, lasst mir außerdem einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat und schreibt mir unten in die Kommentare, welche Coins ich als nächstes vorstellen soll. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao!